Wir schreiben den 22. Mai 2021 um 8.37 Uhr. Wir gehen jetzt zum Bahnhof und von dort geht es dann zum Münchner Hauptbahnhof und dann weiter nach Kinding. Dann geht es wieder zurück und zurück zum Münchner Hauptbahnhof und dann nochmal nach Buchlohe. In Kinding und Buchlohe werden wir spotten. Dann nehme ich euch besser mit. Da kann es in der Reihe von der T16 dann auch ein paar Beispiele kräftig machen. Mühle kräftig machen wir die maximale Hustlern, Dann machen wir den Weg nach aggregierenden 10 bis 14.00 Uhr. Und ich denke, das ist ein schönes Thema der T16.00 Uhr. Es ist ein bisschen wichtig, was wir jetzt an den T17.00 Uhr sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.